Okay, da hinten auch nicht, ich weiß doch nicht weiter, ich weiß wirklich nicht weiter, ach man, ach man. Das ist mal wieder echt super, so den Raum haben wir schon, ich möchte gerne ein X an die Tür machen, wenn ich diese Räumlichkeiten abgehakt habe. Das wäre sehr von Vorteil. Okay. Ich weiß, ich weiß gerade nicht, ich habe mich verlaufen, ich habe mich eindeutig verlaufen. Ich laufe hier irgendwie im Kreis immer, ich komme gerade hier irgendwie nicht raus. Irgendwie. Ne, das ist ja auch schon wieder die falsche Tür, ich glaube das nicht, ich habe mich verlaufen. Die, das geht nicht. Doch, die geht doch. Oh Gott, jetzt bin ich wieder hier, okay. Okay, ich gehe jetzt wieder hier lang. Diese vielen Türen, diese vielen Türen verwirren mich. Mist. Oh, shit. Aber hier ist ja auch nichts weiter, das ist, das ist mein Problem. Ich kann jetzt hier rausgehen, aber hier kann ich auch nichts machen, gar nichts. Sehr verwirrend, sehr verwirrend. Zeit ist eine Illusion, okay. Shit. Also ein paar mehr Hinweise wären schon. Ich zuck ja, was ist das? Okay, wir speichern nochmal. Ja. Besser ist. Auf jeden Fall. Ich habe immer noch keine Passwörter. Komme ich mit diesem Verwenden? Das kann hier nicht verwendet werden. Das ist ungünstig. Ich komme doch mit dem, ich komme doch da irgendwie, habe ich irgendwas, was ich da verwenden kann. Nix. Das ist bestimmt das Passwort. Irgendwie sowas. Das ist bestimmt der Code für diese Stromleitung oder sonst irgendwas. Oder den Ventilator. Aber es wäre echt von Vorteil. Untersuchen. Aber da steht sonst auch nichts weiter. Zurück. Untersuchen. Da kann ich auch nicht drehen. Kann ich da irgendwas machen? Untersuchen. Das ist auch nichts irgendwie, was auf eine Nummer hindeutet. Untersuchen. Da ist auch nichts weiter. Den Zettel haben wir entfernt. Untersuchen. Nein. Zurück. Okay, die Geschichte brauchst du nicht nochmal erzählen. Und das haben wir auch schon untersucht. Okay. Wie finde ich das Passwort raus? Und die Frage ist, wo? Wo? Okay. Und was soll ich mit diesen, mit diesen Ringen machen? Die man, ich kann sie nicht aufnehmen. Aber ich kann irgendwie später mit denen irgendwas machen. Glaube ich. Ist auch nichts zu sehen. Das ist nur diese Tür. Aber ich sehe auch nicht, dass ich... Okay, wir versuchen mal. Ich glaube zwar nicht, dass es... Das kann hier nicht verwendet werden. Ich glaube schon, dass es für später ist. Aber uns fehlt das Gegenstück von dem Vorschlaghammer. Nur, ich weiß nicht, wo. Ich weiß nicht, wo. Habt ihr das Gegenstück vom Vorschlaghammer? Okay, hier passiert auch nichts weiter. Na super. Teddy. Ein Teddybär. Kann ich den damit verwenden? Nein. Okay. Was kann ich mit dem Teddybären? Gar nichts. Ist hier sonst irgendetwas noch? Außer der Teddybär. Nein. Nur diese Tür. Nur diese Tür. Okay. Okay. Ähm. Entschuldigung. Entschuldigung. Äh. Was soll dieser Ring? Ich verstehe hier gerade gar nichts. Ich bin mehr wirklich überfordert. Moment mal bitte. Ich bin da gerade echt über, überfordert. Psst. Es tut mir leid. Es tut mir gerade echt leid. Okay. Ich meine, ich könnte, ich könnte jetzt die, die Hilfe, aber, das kann es doch nicht sein. Das kann doch nicht so schwer sein. Ich meine, ich weiß ja so ungefähr, was ich jetzt brauche. Diese Tür ist fertig. Das war ja das mit der Skulptur. Genau. Und hier kann ich auch nichts weiter machen. Ich gucke einmal. Nein. Der Raum, der Raum ist abgehakt. Der Raum ist definitiv abgehakt. Würde ich jetzt so deuten. Da habe ich schon reingeguckt. Ist leer. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich will, ich will eigentlich jetzt wirklich, äh, noch irgendwie weiterkommen. Einfach nur weiterkommen. Einfach nur weiterkommen. Bitte. Was willst du von mir? Mit den Ringen. Und was will der, was ist mit dem Fragezeichen unten rechts? Das ist die Hilfe. Wenn ich die drücke, dann bekomme ich, äh, Hilfe, was ich machen soll. Scheit. Nee. Ach doch. Das ist eben so dieses, ähm, wenn man feststeckt. Was ich gerade tue, aber irgendwie, es kann doch nicht angehen, dass ich jetzt schon die Hilfe bräuchte. Das ist mir ehrlich gesagt schon zu früh. Was ist mit dem Ringen? Shit. Ich... Ich... Nee. Nee, was waren... Oh Gott, diese, diese Türen. Diese Türen bringen mich durcheinander. Äh, sie gibt nicht nach. Versuch's doch bitte mal irgendwie hier mit. Das kann hier nicht verwendet werden. Sie gibt nicht nach. Das ist doch gerade echt alles irgendwie... Bin ich jetzt wieder in den Raum? Ähm... Mich irritiert das. Also wie ist das jetzt? Ich gehe durch einen Raum und, und drehe mich dann wieder um. Ja, anscheinend. Okay. So, und wir sind jetzt, wo durchgekommen? Wir sind jetzt durch diese Tür gekommen, ne? Glaube ich. Oder sind wir durch diese Tür gekommen? Ich weiß es nicht mehr. Okay. Nee, das ist jetzt wieder falsch. Nee, die war... Die war verklemmt. Da kam ich nicht durch. Dann gehe ich hier durch. Dann stehen wir wieder oben. Nein, dann muss ich hier durch. Dann stehen wir wieder oben. Ja. Okay. Ich kann es gerne mal drücken, aber... Hä? kann ich denn mit dem Holzgriff den Holzgriff hier zum Beispiel verwenden das ist doch jetzt echt doof also ich verstehe es gerade absolut nicht was das Spiel von mir will dadurch, ja, da war ich doch schon und du möchtest von mir, dass ich jetzt du musst dich in diesem Raum weiter umschauen hab ich doch schon gemacht das hab ich doch alle schon gemacht da ist was nah beim Ventilator und ich komm da nicht hin und ich komm da nicht hin nirgends welche Anzeigen was das denn jetzt für ein Passwort sei das ist gerade irgendwie auch nicht von den Farben her oder so oder doch aber ich glaube nicht ich glaube das wäre jetzt irgendeine Annahme die wahrscheinlich nicht ist dass man hier vielleicht nach den Dreckflecken geht oder sowas ich weiß es nicht aber das geht hier auch nicht ich glaube ich glaube nein ich habe keine Ahnung nichts passiert jo ich probiere jetzt doch nicht die ganzen ganzen Passwörter aus das kann doch nicht sein und du musst dich in diesem Raum weiter umschauen das hab ich ja schon gemacht und ich weiß, dass kommst du mit dem Brett an den Ventilator hab ich schon versucht aber er lässt mich das nicht machen kann hier nicht verwendet werden da ist was beim Ventilator ich verstehe es leider nicht man hört mein ganzes Geklacke ja die ganze Zeit oder Geklicke verwenden nein doch ich möchte das aber ich weiß es gerade nicht das ist was naja beim Ventilator ja dann nimmst du doch dann nimmst du doch Junge untersuchen kombinieren ich kann den nicht kombinieren du musst dich in diesem Raum weiter umschauen das ist so ein Hinweis der hilft mir gerade echt just nicht weiter da ist was nahe beim Ventilator ja ich habe diesen Hinweis erhalten es wäre nur schön wenn Sam in seinem Delirium mal den Holzgriff hier nimmt und ihn darauf verwendet nein hier geht's nur raus aber ich sehe hier sonst auch nichts weiter also hier liegt was aber das kann ich irgendwie nicht aufnehmen ich bin gerade am überlegen steht aber hier steht ja auch nichts ich habe das ja schon untersucht hier steht keine vierstellige Zahl gar nichts hier steht keine Zahl hier ist eine Blume die Männer beobachten der Junge weint die Männer beobachten hallo Major T-Beutel und schönen guten Tag schön dass du da bist und ich hoffe es geht dir gut ich bin wieder am rumrätseln diesmal ein Horrorspiel aber ich fühle mich gerade genauso überfordert wie beim letzten Click & Point Adventure ähm okay ich bin gerade am gucken kann es sein dass hier vielleicht noch mal ist okay da kann ich mir nur noch mal den ganzen Text anhören was nicht gut ist ähm oh man schon wieder Spiel kaputt gemacht ja ja immer doch immer doch okay ähm wir wissen wir müssen uns in diesem Raum hier weiter umschauen hinten komme ich nicht ran und das ist gerade deswegen habe ich das Gefühl mir fehlt noch etwas wie gemacht das ist was was müsst ¿verurde also sie Untertitelung des ZDF, 2020